hey leute retro joe ist wieder am start und heute mal unter dem thema watch me fail denn wir spielen hagane das ist ja gar nicht mal so einfach und da steigen wir jetzt gleich mal ein und dann könnt ihr zusehen wie ich völlig versagen wahrscheinlich ich habe das doch erst ein paar mal gespielt ok den knopf hätte ich wahrscheinlich nicht drücken sollen das hier ist die ausweichen was habe ich jetzt gemacht hier ich raff das ganze spiel noch gar nicht okay okay mit x schaltet man quasi die waffen durch den man nur begrenzt viel hat ok ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren weil ich will ja nicht völlig endlos versagen jetzt direkt hier weil es darauf höchst wahrscheinlich raus müssen wird bisher geht es eigentlich noch aber ich bin sicher mein ende ist nah absolut sicher mein ende ist in unmittelbarer nähe ok und das verlebens energie das ist gut auch zerstört die waffe ist offenbar voll an der waffe haben wir die 49 die können wir glaube ich mal ein bisschen benutzen grafisch ganz ordentlich sound macht auch ein bisschen was her okay man kann in der luft quasi so ein ding machen aber man kann nicht nach oben schießen noch also ich bin aktuell doch ganz zufrieden muss ich sagen es könnte schlimmer laufen und da bin ich tot ja so kann es gehen freunde aber wir haben ja noch ein paar leben die waffen habe ich jetzt auch 99 da bleibe ich natürlich ein verstehe ich idiot es ist noch früh leute es ist noch früh es ist gerade montagmorgen und wir haben nicht mal sieben aber man muss ja gucken wo man mit der zeit bleibt beziehungsweise wie man sich seine zeit so einteilt das ist ja auch alles ein bisschen zeitaufwendig hier man hat einen job man hat eine frau will man ja auch alles nicht vernachlässigen ich habe noch nicht ganz rausgefunden wofür das hier gut ist also natürlich ist klar dass das irgendwie was ist womit man ausweicht aber jetzt letzten endes letzten endes dass das der genaue effekt davon dass man da sich so auflädt der ist mir noch verborgen geblieben den habe ich noch nicht so ganz mitgekriegt schmeißt währenddessen immer munter mit granaten kriegt doch irgendwie die ganze zeit nur munition für die waffe die man gerade nicht achte das ist generelle munition das ist gut das wusste ich nicht okay das ding hier ist unendlich damit kann man nach oben das ist praktisch das ist sehr praktisch das scheint auch relativ stark zu sein das ding dann gucken wir doch jetzt mal das blöde schiff da jetzt nicht kaputt kriegen na so klappt das jedenfalls nicht dann nehmen wir halt mal hier unseren bildschirm clear special gedönse da jetzt haben wir gleich noch ein unten level ab beziehungsweise ein leben das ist auch ganz praktisch ich habe das erste level geschafft ich bin ja begeistert ich bin ja begeistert wow was ist das denn eine mutierte schildkröte turtle power oder was das gegner design unterscheidet sich zwar vom ersten level aber so von der vom vom gegner typ sage ich mal ist es irgendwie das gleiche so ein bisschen also fliegende vier 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 die auf dem boden rumkriechen vier die alle decke kleben das ist jetzt nicht so großartig unterschiedlich aber irgendwie bin ich jetzt doch fasziniert von dem spiel das werde ich wahrscheinlich niemals im original besitzen weil es einfach schweineteuer ist es sei denn ich kriege irgendwo mal einen richtig richtig guten deal für den super nintendo mit zig spielen wo das hier eins davon ist und kann den rest dann wieder weiterverlökern oder so aber in der regel sind leute die hagane verkaufen ja auch informiert was sie da haben das sollen sie ja auch sein aber ob der preis für dieses spiel jetzt wirklich gerechtfertigt ist oder nicht das steht auf dem anderen blatt also es ist auf jeden fall gutes spiel so viel ist steht außer frage aber ob das jetzt hunderte von euro kosten muss ich weiß ja nicht diese gerüchte dass das irgendwie auch nur gamestop exklusiv in den usa war oder oder blockbuster video exklusiv das ist ja auch alles hinfällig das stimmt ja alles überhaupt nicht ich meine es gibt von dem ding eine pal version ich habe ja auch schon mal gesehen ich kenne auch jemanden der das mal hatte ich nämlich mein super nintendo gekauft kurz bevor ich wieder also kurz bevor ich mit dem kanal gestartet bin hatte ich nämlich eigentlich lange zeit kein super nintendo und mein damaliger arbeitskollege von dem ich das super nintendo gekauft habe der hat ja der hat auch hagane gehabt das habe ich bei dem auch mal in der hand gehabt quasi so kann ich jetzt ich kriege es nicht hin wieso ja gedrückt halten da muss man ja auch erst mal drauf kommen für den wall jump muss man springen gedrückt halten interessant schnuppa gas bösewicht würde ich jetzt sagen ich stark mit duck wäre aber ich spreng dich einfach nur in die luft schnuppa der war einfach zumindest ist er einfach wenn man genügend von diesen granaten dingern da hat stage 1 von 3 ich bin ja gar nicht so ich habe gesagt hier watch me fail aber so hart bin ich ja gar nicht empfehlen das ist ja sogar fast noch akzeptabel wenn ich ja auch liefere und leben gefunden ane hier kummer ich weiß das gar nicht ob ich ein leben gefunden habe oder ob das meine energie leistung vergrößert hat aber ist egal wie dem auch sei hagane meine lieben freunde eigentlich ganz geil ich habe mich da noch nie so richtig mit beschäftigt ich habe das ein paar mal angespielt auf dem emulator habe aber meistens das erste level nicht geschafft und ich bin davon ausgegangen wenn ich jetzt nebenbei noch quatsche hat das überhaupt gar keinen hand und fuß aber wie ihr seht das mit dem rolljob das ist geil muss den mz mal befragen er hat das ja letztens im test gehabt ob der da wirklich weit gekommen ist oder ob der irgendwie hilfsmittel benutzt hat oder so das interessiert nicht weil so rein vom gameplay her ist das schon ganz ordentlich wenn ich nicht zu blöd zum springen wäre jedenfalls wir gucken jetzt mal ob wir das level hier noch durch leute wenn ich den sprung jetzt noch einmal verkacke dann habe ich genug gefehlt dann war es das für heute ach guck mal an das ist ja auch geil in den sandwurm rein na klar mit dem grappling hook kann man sich also auch festhalten habt ihr ja gar schon mal gespielt wie weit seid ihr gekommen findet ihr das spiel geil fragen über fragen leute für sowas gibt es eine tolle funktion die nennt sich kommentare lasst es nicht wissen an dem viel konnte man jetzt aber gerade mal schön demonstrieren dass dieser greifhaken hier jetzt echt nicht die stärkste waffe ist vorhin mit den granaten ging das ja deutlich flotter die da alle platzumachen gut hier ich höre auf für heute ich habe jetzt den sprung nach wie zwölfmal vergeigt oder so das soll es gewesen sein vielen dank fürs zuschauen retro joe out das 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017